Wie bekomme ich jetzt, also wenn ich irgend so eine Umfrage gemacht habe, die ist hier ausgedacht, wie bekomme ich da einen Zusammenhang und stelle fest, gibt es eine Korrelation, ja oder nein. Und da gibt es ein zweites Video zum Grundsätzlichen und jetzt bin ich bei den Daten. Ich habe irgendwelche Daten und möchte das daraus finden und die Daten schauen nämlich so aus. Und das ist erschreckend. Also da haben 100 Leute eine Umfrage gemacht und aus diesen Daten eine Korrelation, das geht es in diesem Video. Das ist hier LibreOffice, das Video. Also bei Excel wird es genauso gehen, ich habe halt nur LibreOffice. Und weiter geht es. Eine Vorbemerkung. Was manche nicht wissen, ich kann hier zum Beispiel bei C auf Sortieren gehen. Das heißt, ich gehe bei C auf Sortieren. Hier steht die Schule. Also noch ist es alles durcheinander, AWG und Montessori Schule. Und wenn ich auf Sortieren gehe, habe ich im nächsten Schritt dann einfach so weiter, dann nur noch alle AWGs oben, weil die ein A haben, ein Montessori unten und kann dann diese AWGs nehmen. So, jetzt will ich aber eine Korrelation haben. Jetzt nehme ich zum Beispiel meine AWGs raus und will eine Korrelation haben. Dann würde ich jetzt hier unter Formulare, waren die Rohdaten, habe auf Plus gemacht, kriege eine neue Folie, Paste, Copy, also alle Daten erst einmal rüber auf eine neue Folie. Und da würde ich jetzt hier alles, was ich nicht brauche, markieren und Spalte löschen, damit es weg ist und damit nur noch die Frage, die mich interessiert, da ist. Jetzt habe ich also nur noch die zwei Spalten. Also da sind die Rohdaten und in der Tabelle 2 sind nur noch die zwei, die mich interessieren. Das Problem ist, statt diesen Stimme-Zustimme-nicht-zu will ich Zahlen von 1 bis 4 haben. Mit denen kann ich arbeiten, so XY-Diagramm. Das muss ich, und da gibt es zwei Möglichkeiten, wenig elegant, aber es geht, Suche ersetzen. Also markieren, Suche ersetzen und dann ersetze ich eben Stimme-voll-zu, ersetze ich mit dem Einser und das Stimme-nicht-zu muss ich noch ersetzen mit einem Vierer und dann kommen die Zahlen raus. Ich habe am Schluss, also statt den Wörtern, Zahlen, mit denen kann ich arbeiten. Eleganter fände ich, wenn ich hier eine Formel eingebe, die kommt runter in die Kommentare. Wenn es, wenn A2 Stimme zu ist, dann mach eine 1, wenn A2 Stimme eher zu ist, mach eine 2 und so weiter. Man muss die Formel nur einmal eingeben und dann so klicken, ziehen. Also so hier nehmen und klicken, ziehen und dann füllt sich das automatisch aus. Und dann habe ich es eleganter, finde ich jetzt, als Suchen ersetzen, also weil da habe ich, also ich finde das schöner, aber egal. Und jetzt ist es eigentlich nur noch so dieser, also da gibt es den Befehl für den Korrelationskoeffizienten, die C-Spalte, die D-Spalte, ich kriege 0,31. Nochmal das Video anschauen, wo das erklärt wird. Würde in dem Fall eine schwache Korrelation bedeuten. Was ich noch will, ist ein Diagramm. Das erkläre ich jetzt, nicht so einfach. Also die Spalten markieren, XY haben ein Diagramm, fertig stellen. Das Problem hier ist eben, da liegen zu viele aufeinander und das sehe ich nicht. Also dass da irgendwie 18 Punkte aufeinander liegen, das schaut irgendwie gleichmäßig aus. Also eine Lösung wäre dieses Blasendiagramm, das eben nicht so einfach ist. Das Blasendiagramm braucht drei Zahlen. Also jetzt was anderes. Also der Punkt 1,1 kommt viermal vor, der Punkt 3,3 kommt zwölfmal vor. Und dann 3,3 hier, das hat so die Dicke zwölf. Und der dickste ist hier der 19, der hat die Dicke 19. So funktioniert ein Blasendiagramm, das ist sehr schön. Da sieht man auch so diese schwache Korrelation. Aber wie komme ich dahin? Also klar, zu Fuß zählen ist eine Methode. Also sich zu Fuß Papier irgendwie ein Ding machen, also Strichliste und so weiter. Ich versuche es, also das ist Ziel mit Korrelation. Ich habe jetzt, also hier sind die Rohdaten, dann habe ich das hingeschrieben, 1,1,1,2 und so weiter. Und jetzt will ich ihn mit einer Formel zählen lassen. Also schön langsam. Die Formel, die habe ich hier oben, die kopiere ich auch rein. Also zählen, wenn es mit S. In der C-Spalte soll F3 sein. Ja, also F3 ist dieser Einser. Ja, also F3, das ist der Einser. Und in der D-Spalte soll G3 sein. Das ist dieser Einser. Ja, also G-Spalte, das soll auch ein Einser sein. Wie oft passiert das? Antwort, Moment. Das ist nicht schlecht, dass er weggemacht hat. So, also nochmal. Also der Einser, der Einser, das passiert, 1,1 gibt es viermal. Ja, und da steht der Befehl, wenn er in der C-Spalte der Einser ist, in der D-Spalte der Einser ist, dann zähl. Und wenn ich jetzt da runtergehe, also hier habe ich gedollert. Dollar bedeutet immer, das bleibt, wenn ich so klicken, ziehen mache. Ich mache so klicken, ziehen, das bleibt. Aber aus meinem F3 macht er ein F4 und F5 und F6 und auf meinem G3 macht er G3, G4, G5, G6. Das heißt also, wenn ich hier unten bin, dann hat er nicht mehr F3, sondern F, was ist denn das hier, F18. Das heißt, er schaut, wie oft ist hier die 4 und wie oft bei G3, G18, nicht mehr G3, sondern G18, wie oft ist hier die 4. Ah, 4, 4 gibt es einmal. Ja, und dann habe ich eben das, was ich brauche. X und Y und die Anzahl. Ja, also hier X und Y und die Anzahl. Und kann daraus dann das Blasendiagramm machen. Also bei Diagrammen nicht auf XY, so, sondern auf Blasen. Also hier war das, das ist da nicht XY, sondern auf Blasen schalten. Genau. Und fertigstellen und dann funktioniert es. Und eben nicht zwei, sondern drei Diagramme anklicksen. Ja, also alles und auf Blasen und dann kommt es raus und fertig. Und das große Ziel ist dann, also so ein Blasendiagramm und ein Korrelationskoeffizienten. Und dann kann man anfangen, dann geht die eigentliche Arbeit los, zu schauen, korreliert es ja, nein und warum und wieso. Und überhaupt, das ist dann spannend. Und dann geht's Wasser um kurz zu 허 jugar. Untertitelung. Vielen Dank.